Na Lina, bist mal wieder auf deinem Lieblingsplatz. Ja, auf dem Esstisch und dann muss dieser Karton noch da liegen, so platt gedrückt. Und ja, das ist jetzt seit einigen Wochen der Lieblingsplatz von Lina. Dann wollen wir mal gucken, wo Sissi so ist. Die Sissi, und die liegt im Augenblick immer gerne in der Mittagszeit auf jeden Fall auf dem Heizkissen. Ja, das mache ich ihr dann immer an. Und das ist natürlich dann schön warm. So, das liebt ihr im Augenblick. Guckt mich mal ganz komisch an, wenn es nicht an ist. Und ja, weil es nach 90 Minuten geht, das glaube ich, oder nach 60 Minuten geht es von selber aus. Und dann guckt sie immer ganz komisch, oder kommt auch und stupst mich an, geht wieder dahin. Und dann, ja, möchte sie das wieder anhaben. Das ist echt süß.